Zurück zu Assassin's Creed Valhalla, hier auf der Playstation 5. Euer T wie immer für euch am Mic. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Das werde ich gern tun. Sag mir nur wo und wann. Wundervoll. Besuche uns in Elmenheim, wenn du Zeit hast. Hier ist es noch schlimmer als ich dachte. Joa, nimm am Abendessen teil. Machen wir doch. Vielleicht können wir noch irgendwas rauskriegen und uns noch ein bisschen einschleimen hier. Bitte leck, Gehöft. Bitte leck, Gehöft. Bestes Wetter hier. Hier gibt es auch nichts zu holen. Dann bist du schneller, kannst du auch mal rein, Chef, hier. Schlaff nicht ein. Du hast ihn getötet! Hä, was, was, wo, wie, wann, was? Oh, ich warte mal eben, woher. Hallo? Wo ist er denn? Chef? Ein florierendes Städtchen. Dieser Oswald hat sich gut eingerichtet. Schön, direkt durch seinen Garten hier. So, perfekt. Bis zum Einbruch der Nacht warten. Oh, Gott. Oh, ein Däne. Den kann man nicht trauen. Na, was? Wie Christus es befiehlt. Jetzt geht's, ne? Noch ein bisschen warten. Er kommt. Vielleicht kann man hier noch irgendwas ausnehmen. Da. Da ist doch schon mal was. Schön, Vorräte mitgenommen. Sehr schön. Was ist hier noch in der Nähe? So, kann man hier klein noch mal ein bisschen plündern. So sind wir nun mal. Hä? Was erzählt der? Was ist das hier denn? Hallo und willkommen. Oh, was hat die Schönes hier. Für Reisen eine sehr gute Wahl. Oh. Verkaufen kann ich hier auch mal. Runen wollen wir nicht verkaufen. Plunder. Alles weg. Das wird jemand anderes gut gebrauchen können. Vogelkiefig. Handelsgüter. Tiernereien. Weg damit. Hier Knochen. So, so viele habe ich gar nicht. So, schauen wir mal, was wir hier noch. Coole Bahn. Das ist ein sehr schönes Stück. Leder. Mahlzeiten. Leichte Pfeile. Steht aus, als steht der Ärger ins Haus. Eisenerz. Aber was mache ich noch mit Kohle? Im Grunde hat der Schmied an der Siedlung könnte daraus was Gutes machen. Kaufe ich auch mal. Du hast ein Auge für gutes Handwerk. Ausrüstung. Leerer, schwerer. Schade durchblocken. Erhöht. Aha. 300. Nö, das langt erst mal. Das war's. Dankeschön. Ich muss gehen. Tschüssi Kowski. Ja, ich muss ja meine Stadt auch noch aufrüsten. Mann, wann wird das hier da mal Abend? Hier ist auch nichts mehr zu holen. Oh, nix. Die haben ja nix hier. Einbruch der Nachtwarten. Oh, das ist ja doof. Oswald, wo ist dieses Festmahl, das du mir versprochen hast? Eivor, du bist gekommen. Das Mahl wird bald aufgetischt. Jedoch fürchte ich, du bist zu früh. Meine Versprochene und ihre Familie sind noch nicht bereit. Diese Versprochene, Oswald, wer ist sie? Liebst du sie oder geht es um Politik? Sie heißt Waldis und heutzutage heiraten die Menschen nicht aus Liebe, Eivor. Es handelt sich um eine Übereinkunft zu Gunsten Estenglers. Sie stammt aus einer dänischen Familie, deren militärische Macht nicht zu unterschätzen ist. Doch ihre Brüder verfolgen eigene Motive. Wieso siehst du dich nicht ein wenig um und kommst später wieder? Das Essen wird dich nicht enttäuschen. Ja, okay, dann machen wir das. Aber hier mit Sicherheit nicht. Ich gucke mal nach, ob ich vielleicht irgendwie eine nächste Mission schon machen kann. Was gibt es hier denn überhaupt in der Nähe noch zu holen? Oh, hier kann ich noch... Der ist noch nicht synchronisiert. Das kann man auch noch machen. Sehr schön. Wo haben wir denn das? Die synchronisieren wir hier erstmal. Dann können wir hier mal eine Schnellreise wieder her machen. Sehr schön. So, durch machen wir noch ein paar Leute platt hier. Komm, Plätze, gib Gas. Gib Gummi. Gib Hufe. Ach, einfach schön hier durch das schöne Wetter. Was für ein Ding? Welchen Mord? Ich seh' niemanden. Okay, da müssen wir hoch. Boah, sind die schnell. Da kann man nicht hoch. Okay. Wie leicht füßt sich der immer die Berge hochkramt. Das ist so genial. Oh, auch schon wieder Feinde hier. Ui, ui. Kann man ja noch ein paar Leute platt machen hier. Cool. Cool. Okay. Oh, mit Feuer. Was hat er denn für komische... Okay, Babes. Nice, Babes. Einfach nur geil. Was ist das? Okay. So, jetzt müssen wir da noch irgendwie hoch. Und einmal hoch da. Das war doch cool. Das habe ich ja noch gar nicht gehabt hier mit dem... Dass jemand so ein Feuer... Auf dich loslassen kann hier. Ui. Synchronisieren. So, sehr schön. Noch irgendwas so mitnehmen hier. Gesundheit. Sieht gut aus. So, Baby. Hier sonst noch irgendwas? Gucken wir uns nochmal eben an. Da war ja noch jemand, der uns nach dem Blieben trachtet. Was ist das denn für Vieh? Was ist das denn für Vieh? Sehr schön. Ist das hier... Ist das ein Wolf oder was ist das? ich bin... Ich bin auch... So Der ist aber gleich mega brutal So Meine Links habe ich wieder Schlötze, komm, geht weiter Wo ist der denn? Ja, wo ist hier ein Typ? Kaninchen auch, mega schwer zu kriegen So, was haben wir hier noch? Da kann man auch nochmal gucken Was gibt's denn endlich zu beißen hier? Können wir mal gucken, was es hier sonst noch gibt Aber jetzt wird's langsam dunkel, ne? Ach, das heißt wahrscheinlich, dass ich da Das ist der Händler hier, ne? Die Händlerin Gut, da kann ich ja meine Sachen gleich wieder verkaufen So Kann ich gleich wieder verkaufen hier Verkaufen Hischhuf Ja Runen will ich eigentlich selber behalten Damit würdest du sehr mächtig aussehen Schlangenbogen Na ja, eigentlich bin ich mit dem zufrieden Wir reisen eine sehr gute Wahl Reizvoll Ich helfe dir gern, dich einzudecken Hast du schon alles gesehen? Ja Tschüssi Kowski Wahrscheinlich noch zu früh, ne? Bis zum Einbruch der Nachtwahn Gut So, meine Lieben Ich würde sagen An dieser Stelle machen wir unseren Boxenstopp Und nehmen am Abendessen Denn in der nächsten Folge Teil An dieser Stelle Sag ich tschau Bleibt alle gesund Bis zum nächsten Mal Lasst einen Daumen da Haut rein Tschau, tschau B Shah Bff Musik Musik B B B B